Rossmann hat mal wieder einen neuen Sonnenschutz gelauncht. Und zwar sind das die Sun Ozon Med Sun Drops mit SPF 50+. Probieren wir es mal aus. Ich habe mir bereits einen Gramm der Sun Drops abgewogen, denn das ist die Menge, die benötigt wird, um den deklarierten Schutz zu erreichen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Vom Finish sind die Drops zwar ein bisschen ölig, aber was den Tragekomfort angeht, ist das Produkt sehr angenehm. Falls ihr noch mehr Infos zu dem Produkt haben möchtet, dann schaut doch auf www.incipedia.de vorbei.